Musik 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 Mädchen Noch Fragen? Musik 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 Schau, Baby. Ich muss zu einem Flugzeug. Musik 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 Schaut Musik Jetzt Mittag essen! Und der Arbeitplatz! Ich habe heute Abendessen mit dem Kupfer geöffnet. End. Soll ich das nicht. Uähä! Uähä! Kack! Jäää! Samm! Uähä! Schmeckt so lecker. Schmeckt so lecker. Bei dem Drama Kingdom, da frage ich mich auch, wie der eine Mann aus dem Krankenhaus, der wollte ja den Leuten was Gutes tun, aber darf er denn ein Mensch kochen? Okay, aber jetzt sind die alle zu Zombies geworden, der hat bestimmt auch ein schlechtes Gewissen. Deswegen haben sie zusammengeschützt. Also ist Bambus auf koreanisch? Tenamu. Und auch chinesisch? Chua. Aber wer sagt denn, in welcher Sprache ist Bambus? Bambus? Bambus ist ja englisch. Ist hier einfach Bambu ausgepackt? Das interessiert mich. Machen wir heute Mokkang? Mhhh, das kann man nicht machen. Was? Du musst nur ganz laut schmatzen. Machen wir jetzt auf den Sofa. Was ist los? Heute bist du so anstrengend, weil du gar keine Energie hast. Mh, das ist es. Mh, weil du gar keine Energie hast! Mh, das ist jetzt noch keine Energie. Mh, so ein bisschen. Oh, das ist lieber Klingником. Mh, das ist aber in der Klinge. Also, gar keine Energie, aber auch gar keine Energie hast. Ich habe es sehr gut. Ich habe es sehr gut. Ja, genau. Der Frühstück ist das Kacke. Das 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 ist das Kacke. Du warst das Ding. Ich muss schnell essen. Das ist gar keine Energie. Es gibt Apfel. Die gibt es auch Apfel. Das ist Apfel-Papfel. Das ist Kacke. Zuerst ein bisschen koreanisch. Dann Nachtisch. Nachtisch. Ah ja, das habe ich nicht vergessen. Ich esse normalerweise Apfel für Süßigkeit und Kaffee 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 Kannst du waschen? Nein. Schau mal. Muss ich nicht. Deine Hemden. Ich habe in den letzten Tagen nicht so viele Hemden benutzt. Wäsche machen. Wäsche machen. Ja, wenn gutes Wetter ist, wir brauchen immer Wäsche machen. Neues Hobby. Das ist mein Hobby. Und? 22 Sekunden. Perfekt. 25 wäre gut. 22. Super. Super. Wie viele Sekunden? Wo meine? Deine? Wahrscheinlich habe ich nicht gestoppt. Boah, ich stoppe nicht jedes Mal. Mit. Sofa. Sofa. Okay. Ich habe keine Ahnung, dass ich den Schlüssel-Sprichern wiederhole. Hier werden es nicht mehr so zuschrauben. Der Schlüssel-Sprichern ist, wenn ich es nicht mehr soll. Das hier ist das ich. Wie soll ich-Sprichern? Martin, erzähle ich uns. Ich habe die alten Schlüssel-Sprichern zur Maschinen. und andere Schlüssel-Sprichern, da oben hier. Das ist hier. Ja, das ist hier. Okay. Wir beginnen. Okay, wir beginnen. First, in Keller. Sehr gut. Hier ist unser Zimmer. Das ist unser Zimmer. Okay. Okay. Dauer, 주세요. Das ist eine Säge. Wie geht denn einrichten? Ah. Ups. Wie kannst du es machen? Das ist mein Nagel. Was ist denn? Halt mal. Bier? Halt mal. Die ist eigentlich für Holz. Das ist zu laut. Das ist zu laut. Du auch? Natürlich. Und deine Finger auf. Warte, warte. Apropa. Apropa. Du mal. Halt mal. Halt mal. Hässlich. Bitte. Tada. Triff. Nein. Äh. Äh. Ich bin hier! Chu. Ich habe es hier. Ich habe auch ein Pädter. Und noch eine andere... Ich habe zwei Knochen. Ich habe zwei Körbeer, eine Träning-Sie und eine Träning-Sie. Es ist so sehr, sehr schön. Ich habe einen Körbeer zu machen. Ich muss die Körbeer ein bisschen zu tun. Ich muss die Körbeer ein bisschen zu tun. Wenn die Körbeer ein bisschen zu tun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020